Ja, jetzt hier bei uns am Stand Hannes Janker und Luke Wankmüller. Fangen wir vielleicht mal mit Hannes an. Der Plover hat sich etwas geändert, also eigentlich, das Chassis war letztes Jahr schon in CRG, aber da gibt es doch einige Neuigkeiten. Ja, wir sind zur Zeit ein bisschen in Verhandlungen mit CRG, dass wir da einen Deal zusammen bekommen. Eigentlich hatte ich dieses Jahr nicht mehr vor zu fahren, wegen meiner Ausbildung, aber die Termine liegen alle ziemlich günstig, sodass ich doch die Chance habe zu fahren. Jetzt muss man sehen, was dabei rauskommt, aber es sieht bislang ganz gut aus. Ja, unter CRG fahren bist du am Start. Bei welchen Meisterschaften werden wir dich da sehen? Wo sind die Planungen? Der Fokus liegt auf die Europameisterschaft. Natürlich muss man sich darauf vorbereiten. Welche Ränder genau, muss ich halt schauen, wie das mit der Berufsschule läuft. Aber Hauptfokus ist die EM und die WM. EM, WM, unter CRG fahren, du warst oder bist auch in der Vergangenheit mit TB Motorsport unterwegs gewesen. Bleibt die Zusammenarbeit irgendwie trotzdem bestehen, die Betreuung oder läuft dann alles übers Werk? Ja, natürlich bleibt es mit Thomas bestehen. Wir machen das jetzt schon seit fast neun Jahren zusammen. Aber es ist natürlich immer eine logistische Sache. Gerade die Rennen in Spanien, Portugal ist es halt leichter, wenn man mit einem großen Team hinfährt. Und deswegen bin ich da ganz froh, dass wir da Unterstützung vom Werk bekommen. Sehr gut. Ja, dann gehen wir rüber zu Luke Wankmüller. Weiterhin mit Birell unterwegs. Vielleicht Interessen halber, du hast schon die Chance, die OK Junior-Motoren zu testen. Wie waren so deine Erfahrungen? Also die OK-Motoren sind besser als die normalen KF-Motoren aus den Ecken. Aber ich denke mal, das lässt sich dadurch begründen, dass sie einfach leichter sind, weil ja die ganze Elektrik da fehlt. Und ja, also mein Motor hat relativ gut funktioniert und ich bin zufrieden. Wie ist das Thema Anschieben? Schon geschafft als Junior oder lässt man da noch den Schrauber schieben? Also ich habe es mal versucht und noch nicht so ganz geschafft, aber ich werde mir auf jeden Fall das Ziel setzen, das zu schaffen. Wie sind die Zielsetzungen für dieses Jahr? In welchen Meisterschaften plant ihr zu starten? DKM, vielleicht ein, zwei Rennen von der EM und die WM und ADAC wahrscheinlich noch. Ja, volles Programm. Jetzt abschließend vielleicht noch für dich was ganz Schickes. Bis nächstes Jahr bist du auf dem Cover des Messeplakats, letztes Jahr vom 28. und 29. Januar etwas später. Ja, wie findet man das, wenn man sich es hier an allen Türen hängen sieht? Also ich kann es irgendwie noch gar nicht so glauben, dass ich da jetzt überall hänge. Ja, und ich freue mich riesig darüber. Super, ja, wir sind nächstes Jahr auch wieder hier. Vielen Dank und euch beiden dann eine erfolgreiche Saison.